9-11 Der trügerische Frieden Du sagst, dass du niemals vergessen wirst, wo du warst, als du die Nachrichten vom 11. September 2001 gehört hast. Ich war im 110. Stock, in einem mit Rauch gefüllten Raum, zusammen mit einem Mann, der seine Frau anrief, um Lebewohl zu sagen. Ich hielt seine Finger ruhig, als er die Nummer wählte. Ich gab ihnen den Frieden, zu sagen, Schatz, ich bin nicht dabei, aber es ist okay. Ich bin bereit zu gehen. Und sie verstand, dass er heute nicht nach Hause kommen würde. 9-11 Der trügerische Frieden Der Tag, als die Welt sich veränderte. Als der Frieden zum Terror wurde. Der Tag, als die Welt zu estou masksbee看, Der Tag, als die Welt. Vielen Dank.